Ja, hallo, wir sind extra hart und wir sind das erste Mal in Dreeberg, also beim Weihnachtszauber. Davor waren wir schon mal in Dreeberg, davor auch schon mal und dann aber dann aber noch nicht. Und jetzt sind wir da und sind nachher auch noch... Ja, wir freuen uns auch sehr. Ja, extrem freuen wir uns, weil wir haben schon so viel gehört, haben vom Weihnachtszauber und den Millionen Lichtern und wir sind auch froh, dass wir nicht draußen sind, weil es regnet und wir sind nämlich jetzt drinnen hier und draußen. Und apropos, ich glaube, wir müssen jetzt ganz schnell auf die Bühne. Genau, in drei Minuten geht es schon... Ah, yes! Applaus 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 Applaus